Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Toll, gehen wir mal crashen da. So, wir haben den letzten Part Chrom erledigt. War recht einfach. Jetzt geht's hier weiter in... Rust Common East. Woho, fliegt hier das Ding schon fast in die Luft. Aha. Wird mich auch gewundert, wenn hier keiner wohnen wird. Wir haben die Granate hingeflogen. Weg. Schraut, Schraut. Schraut. Zzzz Und was machen wir hier jetzt? Ach, und da drüben ist noch eine Station, naja. Alles klar. Oh. 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 Es ist schön für dich, dass du hier drüben bist. Zurück suche Datenbank. Dein VNF-Check hat ergeben, dass du nunmehr Klasse A-Status hast. Exempel... Nein! Haha, scheiße. Oh, wohl doch etwas zu voreilig. Da sind dir die Bewohner von Janestown im Weg. Sie stinken vor Alkohol und Barniertheit. Sie halten von Wissenschaft so viel wie ich von Musik. Nämlich gar nichts. Aha. Was gibt es denn hier für uns zu tun? Sie glauben auch nichts, oder? Oder doch? Doch! Alles klar. Oh oh. Nicht gut. Ach, das ist dieser Helop. Okay. Sollte nicht halt zu schwer sein. Allzu leicht. Uh, wir sind voll. Oh, einiges und Damage mehr und mehr Genauigkeit. Hm. Nein. Noch nicht, noch nicht. Da ging... so ging... Ah, Level 4 Säure-Waffe. Näh. Mann, nur Schraut. Ist ja nichts Neues. Gut, haben wir die Göst erledigt. Nichts. Da gibt Gas, Mann. Ja, noch mehr von denen. Ähm. 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 Nein. Ich hab die Göst. Ich hab das nicht. The quell im hier ist. So. Ich hab die Göst der Waffe. Hey, wenn wir... wie wichtig wäre. Ja, wir sind in die Göstle. Hat sich der da echt so angeschlichen? Man, wir müssen endlich die Sachen verkaufen. Okay. Okay, so war's so gut. Ah, okay, was soll ich mir das bringen? Hm, ne. So, war das nicht wirklich was wert? Wobei. Ah, das war's also. So. So, nächste Quest. Erstmal da hin verkaufen. Dann dann an 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 Okay. wo haben wir die ganze waffen ja wenn ich schon mal verkauft zwischendurch scheinbar nichts mann mann ja genau ab auf den friedhof die verlieren diese flugblätter ok wieso machen wir den nacken so viel damage auf einmal schrott alles schrott noch ein schuss und das war's ne ja 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 dann müssen wir ok das müssen wir wohl konventionell machen oh shit schnell weg ja 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 ok alles geladen Fahrzeug geht's auch wieder halbwegs gut Boom Uh oh Hey Gumpir Huh huh Falsche Seite Kumpel Und wieder noch Müll Achso das ist die Quest hier Ok Ok da ist er gegen ihn Hehe So einfach kann es gehen. Mehr Erfahrung. Okay, muss man mal da hin. Aber was gibt es denn dort noch? Oder ist, achso, das ist Old Haven wahrscheinlich. Das wird dort aber länger dauern. Jo. Sogar was getroffen. Oh, was man nur so durchs bisschen entdecken, entdeckt. Entdecken, entdeckt. Okay, das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Ein Sextrommel-Argument. Die Abwechslung war etwas brauchbares und das sogar von Atlas. Aber wir müssen uns erst durchkämpfen. Gut. Gut. Ungeziefer. Wenigstens hat das ungeziefer Geld. Ah, genau, das ist der Abwechslung nicht ganz bescheuert ist. Okay, dann müssen wir da hin. Aber das dann im nächsten Part. Also Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!